Eine Drohne wurde in Mells Loch abgeworfen. Was dabei aufgenommen wurde, erschreckt die ganze Welt. Im Schatten des östlichen Washington liegt ein schauriges Geheimnis. Mells Hole, entdeckt von einem Einheimischen namens Mel Waters und gibt diese scheinbar bodenlose Grube ein Mantel aus unheimlichen Geschichten und unerklärlichen Ereignissen. Es ist ein Ort, der sich nicht leicht erklären lässt und alle, die es wagen, seine Tiefen zu erforschen, in seinen Bann zieht und erschreckt. Als eine Drohne in Mells Loch abstürzte, erschreckte das, was sie aufnahm, die ganze Welt. Was genau hat diese Drohne aufgenommen, dass der wissenschaftlichen Gemeinschaft einen Schauer über den Rücken jagte? Begleite uns, wenn wir die schrecklichen Geheimnisse von Mells Loch... ...und die unheimlichen Phänomene rund um diese rätselhafte Grube aufdecken. Was als nächstes passiert, wirst du nicht verpassen wollen. Aber fangen wir ganz von vorne an, ja? Das Geheimnis von Mells Hole Mells Hole tauchte Anfang der 2000er Jahre im Internet auf und zog die Menschen mit seiner tiefen, rätselhaften Präsenz im Osten Washingtons in seinen Bann. Der einheimische Mel Waters war der erste, der die Öffentlichkeit auf das Loch aufmerksam machte. Er beschrieb Phänomene, die so bizarr waren, als wären sie aus einem Science-Fiction-Roman entsprungen. Schnell tauchten Behauptungen über paranormale Aktivitäten rund um das Loch und die Geheimhaltung durch die Regierung auf, die das Loch in Geheimnisse und Verschwörungen hüllten. Manche behaupten, das Loch sei ein Portal in eine andere Dimension, ein Tor, durch das unbekannte Kräfte eindringen könnten. Diese Mischung aus Zweifel und Neugierde verstärkte sich dramatisch, als eine Drohne in Mells Loch abgesetzt wurde. Was sie aufnahm, stellte alle bisherigen Annahmen in Frage und markierte einen Wendepunkt in der Geschichte von Mells Loch. Die Ergebnisse sollten alles verändern und darauf hindeuten, dass die Wahrheit seltsamer als die Fiktion sein könnte. Dazu kommen wir später. Aber zuerst wollen wir ein bisschen mehr über die Entdeckung dieses bodenlosen Lochs erzählen. Mel Waters erschreckende Behauptungen 1997 wurde in den stillen Weiten des östlichen Washingtons eine Geschichte bekannt, die das Internet jahrzehntelang in Atem halten sollte. Es war der 21. Februar und ein Mann namens Mel Waters war zusammen mit Art Bell in der Radiosendung Coast to Coast AM zu hören, die für ihre Liebe zum Seltsamen und Wunderbaren bekannt ist. Mel hatte eine Geschichte, die genau in die Sendung passte. Ein scheinbar bodenloses Loch auf seinem Grundstück, das sich nicht erklären ließ. Coast to Coast AM war ein Hotspot für alle, die sich für Mysterien und Regierungsgeheimnisse interessierten und damit die perfekte Plattform für Mells bizarre Geschichte. Er behauptete, das Loch auf seinem ländlichen Grundstück in der Nähe von Ellensburg, Washington, habe keinen Boden. Er erzählte den Zuhörern von seinen Versuchen, die Tiefe des Lochs mit einer Angelschnur und einem Gewicht zu messen. Obwohl er 4500 Meter Schnur auswarf, traf er auf nichts Festes. Mel gab nicht auf und versuchte sogar, eine Packung Lifesavers Bonbons herunterzulassen, um zu sehen, ob sich am Grund Wasser befand. Als er sie hochzog und sie völlig trocken war, wurde das Rätsel nur noch größer. Er machte weiter und verbrauchte schließlich bis zu 80.000 Fußleine, ohne das Ende zu finden. Diese Geschichte alleine reichte aus, um das Loch berühmt zu machen, aber es gab noch mehr zu berichten. Mel erzählte von weiteren unheimlichen Ereignissen, die mit dem Loch zusammenhängen. Eine der unheimlichsten Geschichten handelt von dem Hund seines Nachbarn, der tot in das Loch geworfen worden war und später lebendig im Wald wieder auftauchte. Mel versuchte ihn zu rufen, aber der Hund tat so, als würde er ihn überhaupt nicht erkennen. Diese Geschichte fügte dem Geheimnis des Lochs eine ganz neue Ebene hinzu. War es ein Portal in eine andere Dimension? Aber was ist, wenn ich dir sage, dass es noch etwas anderes gibt, das dir einen Schauer über den Rücken jagen wird? Was auch immer sich in dem Loch befand, ließ die Tiere ausflippen. Mel sagte, dass seine Hunde sich absolut weigerten, in die Nähe des Lochs zu gehen. Und er war nicht der Einzige, der das bemerkte. Seine Nachbarn sagten dasselbe über ihre Haustiere. Lauerte dort etwas Böses. Und tatsächlich, als eine Drohne in Mel's Loch flog, erschreckte das, was sie aufnahm, die ganze Welt. Aber bevor wir darauf eingehen, lass uns zu Mel's Geschichte zurückkehren. Ob du es glaubst oder nicht, sie ist vielschichtig und wir stehen erst am Anfang. Im Laufe des Jahres kehrte Mel immer wieder in die Sendung zurück, 1997, 2000 und 2002 und fügte seiner Geschichte weitere Schichten hinzu. Schließlich behauptete er, dass sich die US-Regierung eingemischt hat. Sie hätte ihn dafür bezahlt, nach Australien zu ziehen, damit sie das Land übernehmen konnten. Die Geschichte verdichtete sich. Was war so wichtig an diesem Loch, dass die Regierung eingreifen musste? Aber als sich die Geschichte von Mel's Loch im Internet verbreitete, wuchs auch die Skepsis. Die Menschen begannen, alles in Frage zu stellen. Sie suchten in öffentlichen Aufzeichnungen und auf dem Boden nach Spuren von Mel Waters oder seinem geheimnisvollen Loch. Aber sie fanden nichts. Doch bevor die Bombe platzte, hatten Mel's Geschichten im Internet bereits Feuer gefangen, verbreiteten sich in Foren und lösten wilde Spekulationen aus. Doch die Fragen bleiben. War Mel derjenige, der er zu sein vorgab? Hat sein bodenloses Loch überhaupt existiert? Die Geschichte von Mel's Loch wurde zur Legende und löste Debatten, Untersuchungen und sogar einige wilde Expeditionen von Neugierigen aus. Sie wurde zu einem Phänomen, einem Geheimnis, das alle in seinen Band zieht, die gerne das Unerklärliche erforschen. Ein globales Phänomen. Das seltsame Loch erregte die Aufmerksamkeit vieler Menschen in den USA und darüber hinaus, nachdem Mel in Radiosendungen darüber gesprochen hatte. Um das Loch herum geschahen seltsame Dinge und alle wollten mehr darüber wissen. Die Neugierde auf die Tiefe des mysteriösen Lochs wuchs und führte zu einer Flut von Vorschlägen, wie man es messen könnte. Einige Leute schlugen vor, die Tiefe mithilfe von Lasern zu bestimmen. Andere dachten, dass der Einsatz von Radar helfen könnte, unter den Boden zu sehen oder dass vielleicht Radiowellen Aufschluss über die Tiefe geben könnten. Doch als Mel mit diesen Ideen experimentierte, nahm die Situation eine noch seltsamere Wendung. Als er versuchte, ein Radio in der Nähe des Lochs zu benutzen, fing es an, alte Sender zu empfangen, die Musik oder Sendungen von vor Jahrzehnten spielten. Wenn Mel das Radio in die Nähe des Lochs brachte, schaltete es auf Sender um, die eigentlich gar nicht laufen sollten, wie zum Beispiel ein Baseballspiel von 1967. Das gab dem ohnehin schon rätselhaften Phänomen eine zusätzliche, unheimliche Note. Als Mel Metall in der Nähe des Lochs platzierte, verwandelte es sich auf mysteriöse Weise in verschiedene Materialien, was die Sache noch interessanter machte. Aber der vielleicht unheimlichste Aspekt war die Stille, die das Gebiet um das Loch herum einhüllte. Während es in anderen Orten der Nähe laut war, war es hier totenstill, was die beunruhigende Natur des Lochs noch verstärkte. Und das Geheimnis, das es umgab, noch vertiefte. Welche Geheimnisse birgt Mel's Loch? Handelt es sich lediglich um eine geologische Anomalie oder ist hier etwas Tiefgründigeres im Spiel? Aber schauen wir mal, was die Forscher dort gefunden haben. Die Entdeckung, die die ganze Welt schockierte. Im Jahr 2017 wurde die Legende von Mel's Loch neu belebt. Als Forscherinnen und Forscher, angetrieben von dem unaufhörlichen Geheimnis, das es umgibt, beschlossen, eine neue Expedition zu starten. Die Geschichte von Mel's Loch hatte die Neugierigen und Mutigen jahrelang in ihren Bann gezogen und machte es zu einem bevorzugten Ziel für diejenigen, die seine Geheimnisse lüften wollten. Ausgerüstet mit modernen Hilfsmitteln wie GoPro-Kameras, Drohnen und leistungsstarken LED-Lichtern machte sich das Team auf den Weg, um endlich herauszufinden, was unter dem berüchtigten Loch liegt. Die Navigation zu dem Loch erwies sich als eine Herausforderung. Obwohl es Koordinaten gab, die auf die Lage des Loch hindeuteten, war die Reise voller Verwirrungen. Die Landschaft schien sich gegen sie zu verschwören und das Loch zu verbergen. Doch ihre Hartnäckigkeit zahlte sich aus und plötzlich wies Mel ihnen den Weg zu einem Bauernhof, auf dem sich die rätselhafte Grube befand, die schon so vielen entgangen war. Als sie am Rand des Lochs standen, spürten sie ein Gefühl der Unheimlichkeit, als ob das Loch nicht ein physischer Raum wäre, sondern eine Präsenz, die sie beobachtete. Vorsichtig warfen sie Steine in den Abgrund, aber das erwartete Geräusch des Aufpralls blieb aus. Die Stille, die darauf folgte, war zermürbend und vertiefte das Geheimnis, das diese endlose Grube umgab. Und als eine Drohne in Mel's Loch eintauchte, erschreckte das, was sie aufnahm, die ganze Welt. Zuerst wurden Aufnahmen von der beängstigenden Dunkelheit gemacht. Doch dann bemerkten sie ein seltsames Licht. In diesem Moment wurde ihnen klar, dass jemand oder etwas sie beobachtete. Diese Erkenntnisse erschreckte die Wissenschaftler und schließlich die ganze Welt. Nachdem sie das Filmmaterial gesichert hatten, das eine seltsame Präsenz festhielt, drängte sie ein Gefühl der Angst, schnell zu verschwinden. Nach dieser beängstigenden Begegnung zu urteilen, scheint es wirklich etwas Böses in Mel's Loch zu geben. Als die Forscher sich zum Aufbruch bereit machten, stürzte ein Käfer, der genauso wie sie von dem Geheimnis angezogen wurde, in das Loch. Dieses kleine, unbeabsichtigte Experiment unterstreicht die universelle Anziehungskraft des Unbekannten. Ob Tier oder Käfer, die Frage, was sich auf dem Grund von Mel's Loch befindet, zieht weiterhin Rätselfreunde an. Was denkst du über Mel's Loch? Lass es uns in den Kommentaren wissen und abonniere unseren Kanal für mehr.